So nahtlos geht es weiter jetzt mit den deutschen Waffen. Da gucken wir uns am besten mal die interessantesten Waffen an. Und zwar als erstes natürlich die Mauser Konstruktion 1896 und zwar die gute alte Mauser Selbstladepistole. Mal gucken wie die nachgeladen wird. Müsste ja eigentlich durch Ladestreifen nachgeladen werden. Die triggert sich relativ langsam. In der Realität meine ich kann man die ein bisschen schneller triggern. Aber das ist korrekt. Der Verschluss bleibt hinten. Und zwar ist die Mauser noch eine der alten Waffen. Also eine alte Selbstladepistole mit der alten Konstruktion. Und zwar bilden da nicht Schlitten und Verschluss eine Einheit, sondern Schlitten und Lauf. Und der Verschluss guckt halt einzeln hinten aus der Waffe raus. So wir benutzen einen Ladestreifen. Das ist vollkommen korrekt. Das Ganze schließt automatisch, sobald man den Ladestreifen entfernt. Meine ich ist sogar richtig. Ich bin mir nicht ganz sicher. Lässt sich ein bisschen zu gleichmäßig triggern. Das ist ja das, was ich bei Spielen dann auch immer bemängel. Wenn sich Pistolen zu langsam oder zu gleichmäßig triggern lassen. Und hier ist es leider beides. Und zwar lässt sie sich zu langsam und zu gleichmäßig triggern. So nächste Frage ist, was passiert, wenn ich die nur halb leer schieße? Auch das Auftreffen der Patronen auf dem Boden. Ah, dieser Dreckspritzer. Der ist auch cool. Aber trotzdem voller Ladestreifen. Yay! Ich hätte jetzt fast gesagt, jetzt wird die trotzdem mit dem vollen Ladestreifen nachgeladen. Aber nein, der Ladestreifen wird nur so weit nachgeladen, bis wie Patronen das Magazin passen. Und dann hört er einfach auf, sobald genug drin sind. Nehmt den halb leeren Ladestreifen raus. Die Frage ist jetzt natürlich, komme ich irgendwann wieder bei halb leeren Ladestreifen raus? Also ein voller Ladestreifen. Wie viele Ladestreifen habe ich denn überhaupt? Dieses 2 da neben der Patrone sagt mir so wenig. Okay, jetzt ist die ganz leer. Das ist jetzt natürlich falsch. Ich habe natürlich jetzt gesehen, dass er einen ganzen Ladestreifen reingeladen hat. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Ich dachte eben, die ist ja leer. Okay, dann waren das irgendwie 2 halb leere Ladestreifen, die aber nicht halb leer aussahen. Also hat das doch so ein Magazinsystem, dass wenn man oft genug nachlädt, ohne dass das Magazin ganz leer ist, dann ist das wahrscheinlich so, dass dann die halb leeren Magazine wieder zurück ins Inventar geworfen werden. Was ich aber auch immer interessant finde, ist dann natürlich die Luger. Leider nicht Gold. Punktabzug dafür. Rudi wäre nicht stolz. Okay, lässt sich auch relativ schnell und nicht so ganz so gleichmäßig triggern. Und das Kniegelenkverschluss, also der Kniegelenkverschluss, versperrt einem die ganze Zeit das Bild und man weiß überhaupt nicht, auf was man schießt. In der Realität ist das Kniegelenk so schnell, dass man es eigentlich kaum sieht. So, Kniegelenk wird betätigt. Hier ist noch alles richtig. So, wenn man die nur halb leer schießt, muss natürlich das Kniegelenk nicht betätigt werden. Auch relativ gut. Was haben wir hier? Ah, die. Das ist die MP34O, oder? MP34Ö. Okay, unentschieden. Tie. The match was the tie. Okay, geht's weiter. Ich habe irgendwie 404 Schüssel verbraucht und ich habe nichts getroffen. Sowas aber auch. Okay, jetzt haben wir hier noch 20 Sekunden. Meistens, also die Deutschen hatten ja einiges an Beutewaffen. Die haben den Beutewaffen dann immer eine Nummer gegeben. Manchmal logisch, manchmal ein bisschen weniger logisch. Und dann immer dann den Buchstaben in Klammern dahinter, aus welchem Land das kommt. Und manchmal ist das die MP34O für Ostmark und manchmal ist das die MP34Ö für Österreich. Das ist nicht immer ganz konkurrent in den entsprechenden Akten. Das heißt, ich meine Mauszeiger und sehe, dass es lädt. Ich will nicht, dass es lädt. Mann, mach hinne. Ich will Postscriptum spielen. Ich möchte Nachtrag spielen. Achso, ja, genau. Das Gleiche. So, dann nehmen wir nochmal hier die Polen. Haben wir denn auch polnische Waffen? Ich glaube, das gucke ich mir aber dann gleich an. Einfach beitreten. So ohne alles. Messer. Achso, genau. Wenn ich dann diese eine Infanterie-Klasse nehme, kriege ich noch einen Revolver. Wenn ich dann nicht diese Infanterie-Klasse nehme, kriege ich halt noch ein Messer. Leider habe ich keinen so einen hohen IQ in Klingenwaffen. Maul. Kriegsverbrechen. Okay, das ist cool, sicher. Okay, das sieht gerade ein bisschen komisch aus. Ich weiß, was sie da versucht haben. Aber dieser Schimmer sieht ein bisschen sehr unnatürlich aus. Dabei läuft das Spiel sogar auf meinem Rechner auf Maximum. Ich glaube, ich habe das alles auf hoch gestellt. Also nicht auf episch, sondern es steht alles auf hoch. So, wo war was stehen geblieben? Genau, bei dem guten Stück. So, das ist die MP34 Ö. Eine der vielen MP34, MP35 Varianten. Übrigens habe ich leider in... Entlistet habe ich leider die MP34 von Bergmann mit... Ne, die MP35 von Bergmann habe ich mit der MP35 von Erma verwechselt. So, das ist allerdings hier eine österreichische Maschinenpistole. Ist, wie man sehen kann, auch noch eine dieser Zwischenkriegsmaschinenpistolen. Diese Zwischenkriegsmaschinenpistolen, die damals vor allen Dingen von der Polizei verwendet wurden, sind auch alle ganz schön. Und guck mal hier, diese ganzen eckigen Sachen. Und diese, das schöne Logo hier auch drauf. Und ein schöner Kühlmantel und so weiter. Und erst im Weltkrieg werden dann wirklich richtig hässlich. Und ihr seht auch hier diesen Nachladeguide. Das hatte ich ja bereits in der Liste erklärt. Die hat eine relativ interessante Funktion. Und zwar hier Magazinschacht. Der ist nämlich nicht nur Magazinschacht, wo man das Magazin halt vertikal reinsteckt, sondern das Ding ist auch eine Beladehilfe. Man könnte jetzt nämlich ein leeres Magazin da rausziehen und unten quer reinstecken. Und jetzt da, wo ich einen roten Pfeil dran mache, das ist wirklich eine Führung für Ladestreifen. Da kann man ein leeres Magazin mit Ladestreifen beladen. Das hat natürlich den Vorteil, dass Ladestreifen wiegen erstens weniger und sind dann nicht so teuer. Und die Polizei muss eh nicht so oft nachladen. Von da ist das eine relativ interessante Einrichtung. Mal gucken, ob man das hier nutzen kann. Ja, das ist relativ schnell von der Feuergeschwindigkeit. Und auch die Dauerfeuerstabilität ist relativ gut. Ich meine, bei dem anderen Hardcore-Spiel ist die Dauerfeuerstabilität halt nicht so ganz so gut. Ja, Vermindlichung durch Dauerfeuer geht noch richtig weit. Müssen wir gleich mal gucken, ob das mit der Stand auch so geht. Und ich habe jetzt nicht darauf geachtet, ob ich einen 0. Schuss abgeben konnte. Aber es ist ein bisschen unwahrscheinlich, dass ich das hier mit dieser Maschine-Pistole kann und damit der Stand nicht. Obwohl. Okay, das ist auch nice. Der betätigt wirklich den Schalter. Und da ist halt der Schalter auch beim Original. Vergessen es richtig zu zählen. Ich glaube, da ist sogar ein 35-Schuss-Magazin drin, wäre nämlich nicht alles toll. Ne, 0. Schuss kann ich nicht abgeben. So, aber was passiert denn, wenn ich so ganz viele Magazine halb leer schieße? Ach, mittlere Maus, das war's. Ich weiß nicht, was die zwei da unten bedeuten soll. Und ich sehe hier noch einen 100 Meter. Kann ich hier irgendwie das Visier verstellen? Eigentlich ist hier auf der Waffe ein Schiebevisier drauf. Welche Taste könnte das sein? Ich gucke mal kurz die Taste nach. X und Mausrad. Ach, X gedrückt halten? 1000 Meter. Sehr optimistisch. Ach, und da verstellt sich das Ding wirklich. Das Ding verstellt sich erst, wenn ich was eingestellt habe. Ist ja auch cool. Wäre wahrscheinlich dann besonders bei so ein paar Waffen cool, die dann auch so einen Leiter wie sie haben. Übrigens Maschinenpistole bis 100 Meter. Da haben sich die Österreicher gedacht, Ja, okay, zum Notfall kann man damit so eine Art Ersatzmaschinengewehr veranstalten. Also so ein Ersatzdeckungsfeuer. Da müsste ich aber allerdings irgendwann mal ein eigenes Video machen, warum so viele Waffen so hohe Entfernungen haben. Ich habe immer noch fast alles voll. Und auch die Patronenhülsen sehen sehr gut aus. Und besonders die Patronenhülsen haben auch alle abgeschlagene Zündhütchen. Ne, die haben keine abgeschlagenen Zündhütchen. Ich wollte gerade loben. Eben sah das so aus, als wären die Zündhütchen abgeschlagen. Ja, hier ist ein Magazin leer. Da waren jetzt keine 34 Schuss mehr drin. Ja, man kriegt irgendwann die halbvollen Magazine wieder zurück. Da war nur noch eine Patrone drin. Jetzt bin ich komplett leer geschossen mit dem Ding. So, was haben wir hier noch? MP40, ist auch immer interessant. Die hat nur Schnellfeuer. Die klingt auch wirklich gut. Ah, die wird sogar interessant nachgeladen. Und zwar geht er her. Moment, mal gucken, was passiert, wenn ich nicht was leer schieße. Da müsste man eigentlich das Magazin wechseln. Ja, ist korrekt. Wenn er die leer schießt, geht er her und macht das so, wie das auch in einigen Dienstvorschriften steht. Und zwar da, wo ich jetzt einen roten Pfeil dran mache. Da kann man die Waffe sozusagen, also man kann den Verschlusshebel und damit den Verschluss sozusagen in so eine Art Ruherast reinsetzen. Das ist so eine Art quasi Sackgasse. Und da tut er den Verschlussspannhebel rein. So, was er jetzt machen wird, also der Verschlussspannhebel ist ganz vorne, weil der Verschluss beim letzten Schuss ganz vorne geblieben ist. Das ist halt kein Nullter Schuss. Dann wird er gleich den Verschlussspannhebel nehmen, den in diese Sackgasse, also in diese Ruherast reinsetzen, das Magazin wechseln und dann das Ding da rausholen. So, wieder raus. Der macht sogar so einen kleinen HK-Slap, der dann später bei den Heckler- und Kochwaffen-Osos wird. Hochinteressant. Mal gucken, wie er das Ganze hier mit dem SCG-44 verhält. Also das haben wir natürlich zwei Feuermodi für. Ah, genau, kann ich auch... Ah, er wackelt ein bisschen stark. Also eben mit der österreichischen Maschinenpistole hat er, meine ich, nicht so stark gewackelt. Ist ihm irgendwie das Pervitin ausgegangen und er ist auf Entzug, oder was ist das mit ihm los? Müsste ich mal bei anderen Waffen ein bisschen mehr darauf achten. Vielleicht ist mir bei den Maschinenpistole einfach nicht aufgefallen. Und ich finde es auch cool, wie hier halt die, wie nennt es das, die Staubschutzklappe immer so ein bisschen mit wackelt. So, wir gehen mal in den Spaßmodus. Genau, das Ding hat keinen Verschlussspann. Beim letzten Schuss bleibt der Verschluss einfach vorn. Und die Dauerfahrstabilität ist ein bisschen schlechter als bei den Maschinenpistolen. Ist natürlich auch klar, hier ist natürlich auch eine größere Patrone drin. Und zwar die 7,92 x 33 mm. Zum Beispiel im Gegensatz zu 9,19 mm. Lürfte aber mittlerweile bekannt sein. Schlägt. Auch dagegen war eigentlich bei den Deutschen nicht wirklich üblich. Übrigens habe ich letztens was Interessantes gesehen. Und zwar habe ich mich irgendwann mal gefragt, warum halt das Sturmgewehr das Visier, also das Schiebevisier, so weit vorne hat. Und zwar ist das ja eigentlich gar nicht nötig. Wir haben das zum Beispiel mit der Kalaschnikow vergleichen. Bei der Kalaschnikow ist natürlich klar. Da ist natürlich das Gehäuse, ist einfach so ein Deckel. Da kann man eigentlich kein Visier drauf machen, wenn man nicht irgendwie nachhilft. Und ja, das ist relativ verständlich, warum man das bei der Kalaschnikow so gelöst hat. Beim Sturmgewehr war es mir eigentlich nie klar, warum das Visier so weit vorne ist. Denn das ganze Gehäuse ist ja eigentlich Waffengehäuse. Da kann man ja eigentlich auch ein Visier ganz hinten drauf setzen. Und ich habe mich mal gefragt, warum das so weit vorne sein muss. Denn wenn das so weit vorne ist, ist das ja relativ unpraktisch. Das haben die deswegen gemacht, weil bei Frühen, also quasi beim Vorgänger, beim Maschinenkabiner Hähnel, war an dem Block, wo halt das Schiebevisier drauf ist, übrigens danke an den Schützen, der es hier so schön dreht, waren noch Schienen drauf, welche es erlaubt haben, das ZF4 da dran zu montieren. Das ZF4 war damals ein Zielvisier. Das war für den Karabine 98 kurz gedacht. Und das lag auch beim Karabine 98 kurz sehr weit vorne. Das hatte den Zweck, weil das Zielfernrohr, welches ist es denn jetzt? Oh mein Gott, jetzt bin ich ein bisschen... ZF41, das ist das Zielfernrohr 41. Das ZF4 ist was anderes, das Zielfernrohr 41. War deswegen beim Karabine 98 kurz weit vorne, damit man den Karabine 98 kurz weiterhin mit Ladestreifen beladen konnte. Und um dieses Visier dann auch auf den Maschinenkabiner Hähnel drauf zu packen, war das Visier sehr weit vorne. Irgendwann hat man auch gemerkt, dass so ein Zielvisier auf den Maschinenkabiner Hähnel nicht unbedingt sein muss, weil die Maschinenkabiner Hähnel nicht so eine große Reichweite hatten. Und deswegen hat man irgendwann angefangen, dieses Schiebevisier beim SDG 44 später dann weiter nach hinten zu verlagern. Das heißt, das Korn, das Korn ist ja hier vorne am Laufende, irgendwann hat man das Korn dann vom Laufende an den Gasinnahmeblock, wo ich jetzt einen roten Pfeil dran mache, wenn der Typ das nicht mehr bewegt, hat man dann das Korn ein bisschen weiter nach hinten gepackt auf den Gasblock. Und dann das Zielvisier, also die Kimme, dann relativ weit hinten. Das Ganze war dann das V9, das hat sich dann aber nicht wirklich durchgesetzt. Das wäre zwar ein bisschen praktischer gewesen, das hätte man ein bisschen einfacher herstellen können, aber dann die Maschinen umzustellen auf die Produktion vom V9, das wäre dann teurer gewesen als die Ersparnis. So, gehen wir weiter mit den nächsten Waffen durch. Fallschirmiger Gewehr interessiert mich auch immer brennend, weil das kann man ja in der Realität umstellen von zuschießend auf aufschießend. Je nachdem, welchen Feuermodus man verwendet. Jetzt habe ich das Ganze auf Vollauto. Ah, okay, das Ding hat ganz schön viel Rückschlag. So, gespannt. Jetzt müsste man mal gucken. Genau, hier aus der Perspektive sieht man relativ gut, und zwar einmal mache ich jetzt am besten einen roten Pfeil dran, den Spannhebel, und dahinter ist der Hülsenabweiser. Und normalerweise müsste das jetzt so aussehen, dass der Spannhebel jetzt immer so ein bisschen weiter hinten ist. Oder? Das Ding kickt auf jeden Fall gut rein. Das ist der Spannhebel ist jetzt vorne. Jetzt wird das Ding gespannt, und jetzt ist der Spannhebel hinten. Aber ich weiß nicht genau, ob er mitlaufend war. Das habe ich gerade nicht im Gedächtnis. Jetzt schalte ich das Ganze mal um. Jetzt müsste der Spannhebel eigentlich weiter vorne bleiben. Es kann allerdings sein, dass ich mich irre, und der Spannhebel beim Falschmähergewehr 42 ein bisschen anders funktioniert. Das müsste falsch sein. Ihr knallt ja jetzt hier jetzt mal nach vorne. Den sieht man immer so an meinem Handballen, also an meinem kleinen Finger. Immer so für so eine Sekunde. Eigentlich müsste der vorne bleiben. Aber es ist natürlich schon die hohe Kunst, das richtig darzustellen. Das bleibt hinten. Das ist wahrscheinlich falsch dargestellt. Ich korrigiere es hier, falls es falsch ist. Was passiert, wenn ich jetzt C drücke? Okay, Bajonett habe ich keines. Darf ich das Ding aufstellen? Okay, ich darf es aufstellen. In der Realität hätte ein Falschmähergewehr beißt. Und zwar hat es einmal ein Bajonett unterm Lauf. Das ist so ein Nagel-Bajonett, was man einfach rumdreht. Und natürlich ein Zweibein. Und es ist auf dem Zweibein extrem stabil. So, was passiert, wenn ich es nicht leerschiebe? Wird einfach in das Magazin getauscht, wäre so zu erwarten gewesen. Wer das Falschmähergewehr nicht kennt, das war ein Ding, das sollte einfach alles können. Das sollte als Gewehr, als Maschinenpistole und als Maschinengewehr einsetzbar sein. Am Ende konnte es einige Sachen, aber nichts richtig. Ah genau, MG42, da interessiert natürlich wahrscheinlich viele Leute sofort die Feuerrate. So, kann ich es aus der Hüfte abfeuern? Ja. Mehr oder weniger gut kontrollierbar. Und leer geschossen. Und ich kann es irgendwie nicht nachladen. Wahrscheinlich kann ich es nur aufgestellt nachladen. So ein bisschen wie in Rising Storm 2 Vietnam. So, stellen wir es mal auf. So, Spannschieber betätigt. Deckel auf. Na ja. Gurttrommel, genau. Neue Gurttrommel rein. Und der Spaß kann das sehen. Okay, es ist auch aufgestellt. Ein bisschen schwierig, damit auch weiter zu treffen. So, was passiert, wenn ich es nicht komplett leer schieße? Eigentlich müsste man dann den Deckel aufmachen. Okay, mal gucken, was er macht. Hier einfach Deckel auf. Da Anfang neuer Geburt, Kosten rein. Ich glaube, es ist nicht wirklich konkurrent mit der Vorschrift. Denn die Vorschrift, meine ich, sieht sicherheitshalber vor, dass man dann doch nochmal den Spannschieber betätigt. So, der Sound hängt ein bisschen nach. Jetzt müsst ihr nämlich erstmal den Spannschieber betätigen, damit halt der Verschluss in die hinterste Stellung gerät, damit man das ganze Ding dann auch nachladen kann. Ich meine, wenn man vorher den Deckel öffnet und der Verschluss vorne ist, kann es sein, dass sich das Ding irgendwie verhakt. Und ich glaube, durch das Verhaken verhindert er hier auch durch den Daumen, welcher er da oben hält. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Feuerrate. Obwohl die auch hätte schneller sein können. In der Realität ist es ja so, wenn man ein gut geschmiertes MG42 hat, was dann in sich noch ein bisschen schnellere Feuerrate hat, dann ist das so, dass man eigentlich die einzelnen Schüsse auditiv nicht mehr voneinander unterscheiden kann. So, was gibt es hier noch? Oh, hier gibt es einen Walter. Aber ich möchte natürlich auch den Karabin 98 kurz sehen. Welchen habe ich denn jetzt? Mit oder ohne Zielvisier? Mit Zielvisier. Okay, welche Montage ist das? Ich meine, das ist die Seitenmontage lang. Da gibt es ja dieses große Chaos mit diesen ganzen Montagen. Es gibt ja Montagen an der Seite, kurz und lang, und da gibt es halt noch Montagen da drauf. Da gibt es dann Clown-Montage, Doppelclown-Montage, Tomb-Montage. Ich glaube, das waren nicht. Ich glaube, es gibt noch ein paar mehr. Genau, das ist das gute alte Deutsch-Absehen 1. Und auch der Repetiersound richtig gut gemacht. So, was passiert, wenn ich jetzt nachlade? Ja, da wird sogar eine Patrone verschwendet. Denn die meisten Repetiergewehre können halt nicht unterscheiden, ob da wirklich eine Patronenhülse in der Patronenkammer ist oder ob da noch eine ganze, also noch eine scharfe Patrone drin ist. Ich meine, das Lee Enfield kann das, das hat man aber ausgestellt, das hat man dann deaktiviert. Ich meine, im Lee Enfield ist in der Seite, das ist eine ganz komplizierte Geschichte, ist in der Seite eine Schraube drin. Und diese Schraube stößt dann bei einer echten Patrone halt gegen den Patronenrand, um die auszuwerfen. Und leere Patronen werden ein bisschen früher ein bisschen anders ausgeworfen, dadurch, dass zwischen Verschlusshülseninnenwand und Patronenbodenrand eine Reibung entsteht. Und da Patronenhülsen leichter sind, kann eine Patronenhülse ausgeworfen werden. Also man kann diese Schraube lösen und dann geht in die Enfield her und wirft halt nur leere Patronenhülsen aus und ganze Patronen bleiben halt drinnen. Das ist eine relativ interessante Geschichte auch. Was haben wir denn für ein Visier? Ach so, ZF39, also das Carl Zeiss Ziel 4. Da habe ich ja schon dann entlistet erklärt, dass es da diesen Knoten gibt. Das ist halt das Ziel 4 von Zeiss, ist nicht das ZF4. Und ich meine, die wurden neulich umbenannt. Ich meine, ich habe neulich irgendwo in der Dienstvorschrift nochmal gelesen, dass nur ein paar Zielvisiere dann auch mit dem Krieg einmal umbenannt wurden, weil Hitler irgendwie einen schlechten Tag hatte oder so. Apropos umbenennen, das hier kennen ja die meisten als G43. Das wurde irgendwann in K43 umbenannt. Was allerdings interessanter für mich ist, ist hier das G41 Walter. In der Walter-Bauweise, das hat nämlich noch dieses interessante Bang-System. Also vorne so eine Verschlussgasdüse anstelle von der Gasinnahmebohrung. Später schießt sich auch relativ gut. Woher ich da hinten das treffe. So, nachgeladen wird das per Ladestreifen. Und zwar kann man das G41 Walter und auch das G43, also K43 später, kann man sowohl mit Wechselmagasin als auch mit Ladestreifen nachladen. Vielleicht wenn ich es ganz leer schieße, vielleicht wird es mit Wechselmagasin nachgeladen. Ne, Ladestreifen. Wahrscheinlich zwei KB-98-Kurzel-Ladestreifen. Jupp, jetzt bin ich gespannt, ist das dann beim Gewehr 43 auch so? So, dann nehme ich mal dich. Jetzt haben wir Gewehr 43 sozusagen, der Nachfolger. Der schießt sich ein bisschen angenehmer. Okay, der hat Wechselmagazine. Scheint er immer zu haben, auch wenn ich nicht ganz leer schieße. Ist natürlich auch interessant, reflektiert auch so ein bisschen so die Zeit. Und zwar, als das Ding zum Feld kam, hatte man noch nicht genug Wechselmagazine hergestellt. Als das Ding da entkam, hatte man schon genug Wechselmagazine. Was hat man hier denn? Ah, den Schießbecher, aber ich sehe, ich habe die Folge so ein bisschen überzogen, obwohl die Folge kann auch ein bisschen länger werden. So, dann nehmen wir jetzt das Ding. Denn solche Schießbecher finde ich aber immer interessant, wie man damit dann rumfeuert. Nette Explosion. Oh, richtig geil. Da hat man auch die Schockwelle gesehen, so ein bisschen. So, neue Gewehrgranate da rein. Und neue Treib... Keine Treiblandungskartusche. Ich meine, das war ganz komisch gelöst. Ich meine, dieses Gewehrgranatgerät mit dieser Gewehrgranate, das hatte zwar eine Patrone mit Geschoss, aber das Geschoss war aus Holz. Das Holzgeschoss ist wirklich mit in die Gewehrgranate eingeschlagen und hat der Gewehrgranate gesagt, dass sie zünden soll. Oh, cool. Steht hier sogar drauf. Modell 98, BNZ. Ich weiß jetzt nicht genau, was BNZ ist. Und zwar haben die in Deutschland produzierten Waffen aus der Zeit immer so kurz, also haben immer so einen Drei-Buchstaben-Kürzel für die Fabrik, wo sie hergestellt wurden. BZ, BNZ weiß ich jetzt nicht auswendig. Also Explosionen können die Leute. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob das die Sorte ist. Es gibt eine Sorte von Gewehrgranate für den Schießbecher. Die kann man auch einzeln benutzen. Da kann man unten das Ende abschrauben, da kann man daran ziehen. Also zwischen Granate und Ende ist dann so eine kleine Schnur. Kann man daran ziehen, da kann man die auch werfen und auch als Handgranaten benutzen. Das war auch interessant. Ach, ich könnte mal auch mal das Visier einstellen. So, das war X. Okay, das ist jetzt für 200 Meter. Eigentlich, das haben wir auch in der Liste gesehen, gab es da ein eigenes Visier zu. Das fehlt hier. Aber man kann natürlich auch den Schießbecher dann einfach vom direkten Feuer benutzen, wenn man das Ding nicht als kleinen Mauser benutzen möchte. Alter, wie viel habe ich denn davon? Ich habe ja mindestens doppelt so viel wie die Engländer. Obwohl, dann würde ich eigentlich auch schon fast sagen, okay, dann haben mit 25 Minuten dann die Deutschen ein bisschen längere Folge. Kann man ja auch mal machen. Diese Druckwelle. Und dieser Dreck herrlich. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank für das Zusehen in dieser Folge. Falls euch Videos zu Spielen, also Videos zu Waffen in Videospielen gefallen, da habe ich eine ganze Menge von auf meinem Kanal. Falls ihr dann das nächste Video nicht verpassen wollt, könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren. Dann könnt ihr hier ein anderes Video gucken. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren, wo ich mich dazu entschlossen habe, den zu unterstützen. Dann könnt ihr hier ein Video dieses anderen Kanals gucken. Dann nochmal vielen Dank für das Zusehen und bis zur nächsten Folge.